ok was auch immer ihr braucht oder wollt nehmt es euch einfach so da was weiter geht's endlich nach einer längeren pause pause kann man es nicht denn es war nicht beabsichtigt mit der leistung war schauen wir doch noch mal rein ja ich hoffe ich habe die steuerung nicht vergessen aber ich glaube nicht naja da kann man schon wieder so was machen nahkampf verbesserung machen wir brauchen und messer wir machen und billig jetzt werden wir auch brauchen und wenn wir gerade dabei sind rollo top cocktails brauchen wir da was machen nein da geht nichts auch mit der leiter alkohol so bereit hast du jetzt alles fertig ja schon oder nein noch nicht ein comic drinks oder trainingsbuch messer verbessert hält eine treffe länger perfekt drüben ist eigentlich noch was so gehen wir weiter okay los komm lass die tür nicht offen ich mach schon wir müssen zu dem gebäude rüber die treppe hoch beeilung bleibt dicht bei mir unglaublich dass du den scheiß mitmachst du hättest es einfach sein lassen sollen du hast nicht übertrieben ich sehe mich hier oben mal kurz um für mich ist da oben nichts nimm dir was du brauchst danke alles wichtig bill 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 also in was für einer scheiße steckst du und wo ist es es ist dein job eine einfache lieferung und was sollst du abliefern die kleine gehörer du mich auch naja also wo geht es hin will in mein zweitversteck eher ein waffenlager was ich dachte wir machen ein auto klar wir du kennst dich mit autos bill komm wir müssen zur anderen seite der stadt da gehe ich sonst weg da sind alle infiziert aber ich jetzt habe ich schon habe ich schon so einen modifizierten naja schade ich hätte gern den baseball schläger gehe weiter ach Gott hat er nicht gesagt wir sollen schnell machen naja so genau also wie ihr seht habe ich ein bisschen schon die steuerung vergessen da drin ist was sag mal du hast noch nicht erzählt was mit tessels ich dachte immer ihr zwei seid unzertrennlich sie ist beschäftigt ja klar beschäftigt er hört sich an als gäbe im paradis ja sowas in der art yeah lecker und warum repariert ihr nicht eins von diesen autos oh mein gott du bist ein genie ich meine warum warum habe ich nie eins von diesen autos repariert ok sei nicht so ein arsch ihre reifen sind hin die batterien sind hin Na dann ich. Ohhhh! Ohhhh! Klicker! Komm! Messer! Frist das du! Wow! Also... Jump! Und kill! Oh yeah! Also... Erstens ganz vergessen und zweitens grad gar nicht damit gerechnet Ich dachte da hängt wieder irgendeiner in diesem Wohnwagen drinnen so wie... so wie der letzte da Was ist das? Hey was... Hey! Das ist so ein Nagelbombe oder? Ich hab's nicht hergelegt Weiter geht's Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht Was? Weißt du so schlimm die Dinger sind? Auf einmal stehen da so zwei Klicker da und Aber ich hab ja Messer gehabt Gerade du solltest das verstehen Was soll das heißen? Gar nichts Hält sie das Tor wirklich auf? Tja es ist zu, sie haben keinen Schlüssel Also wo lang? Wir sind da! Es ist im Keller! Was haben wir da? Werkzeug Im Keller! Der Keller ist dort! Geh ich mal davon aus Geh ich mal davon aus Ja Ok hier runter Tja da sind wir Du fasst hier drin nichts an Und du machst die Tür zu Na dann mal los Ah ah Was? Ich brauch ne Waffe Brauchst du nicht Joel Ich komm schon damit zurecht Nein Du... Du bleibst hier Toll Dann warte ich einfach bis es mich erwischt Das hier muss echt der beschissenste Job sein Den du hier hattest Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau wie ich dachte Na scheiß drauf Im Ernst bring die Kleine da hin zurück wo sie herkommt Bill ich kann sie nicht einfach zurückbringen Dann schick sie weg lass sie eben allein gehen Ich sag dir jetzt mal was Es gab mal jemanden Der mir wirklich sehr wichtig war weißt du Mein Partner Ich hab mich eben um ihn gekümmert Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein Du gehst drauf Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt Ich bin alleine echt besser dran Bill so ist das nicht Schwachsinn Es ist ganz genau so Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf Finger weg Verdammt nochmal Wenn du sie weiter an der Backe hast Wird dir das irgendwann das Genick brechen Bill Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier Wir ziehen das durch Perfekt Eine Schrautflinte Ja wie in jedem Spiel In dem Shooter Oder in jedem Spiel Wo Waffen enthalten sind Sind Schrautflinten Die krieg ich meine Lieblings Waffen Ah ja eine Bergbank Das ist eine Nagelbombe Und eine Nagelbombe Du musst sehr vorsichtig sein Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe Okay So Schrautflinten und Bomben Und was machen wir damit? Tja Alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen Ich nehme an sie suchen nach Vorräten Mann es ist Wahnsinn was sie alles übersehen Jedenfalls Vor ein paar Monaten Wollen sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt Die belagerten den Truck Der fährt prompt gegen die Wand der Schule Da steht er noch mit der Batterie Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto Da ist eine Werkbank Jawohl Perfekt Perfekt Und wenn sie kaputt ist? Nee Die Trucks sind wie Panzer Sie wartet auf uns Das könnte klappen Ich habe nicht mehr gemerkt was ich Ich habe doch letztens bei der letzten Werkbank irgendwas gesagt Was ich ändern will Ich glaube Die ist das Nachleitetempo Oder Magazinkapazität Weil ich finde eigentlich viele Kugeln Was haben wir da? Schrotflinte Nachleitetempo Eine Schrotflinte Muss man ja oft nachladen Schussfolge Rückstoß Ich habe nur eine Zange Mit dem Bogen Kämpfe ich nicht so glaube ich Nachleitetempo Dieses Jagdgewehr Ich glaube das ist mal gar nicht schlecht wenn ich das mache Oh Das kann ich eh machen Mach wir das einfach So Und noch ein Strich Noch ein Strich Ermöglicht dir die Waffe schneller abzufeuern Nachladen ist wirklich wichtig Wir haben schon Nach dem Bogen Schussfolge Was gibt es denn nicht? Ich habe noch eine Zange Noch eine Zange Gibt es so viele Waffen Rückstoß Passt Ich brauche alle den Tempo So jetzt geht endgültig nichts mehr Passt Ja das ist gut Da hat er recht Wow Was liegt denn da Das ist ja Ruhm Perfekt So der Sammeln ein Was gehört mir bist du Deppert Oder noch was Nein Voll Kann man was basteln Ne sicher Messer wichtig Medikit wichtig Nagelbombe Ich weiß auch schon Wo ich die einsetzen werde Fertigungszeit Brauche ich nicht Ich spare auf das da 100 Ob ich das noch schaffe Oder das da Schwanken der Waffe Gut Wo geht es weiter Wo geht es weiter Hier Nein Mann Der soll mal den Stock aus dem Arsch nehmen Joel Du behältst sie doch im Auge oder Ich pass auf Hm Schön hast du es hier Tja Wenn du was zu beichten hast Bist du hier Ist er grad gestolpert Das muss ich mal nochmal anschauen Tan Oh ja Oh ja Dort Da ist die Schule Okay Bereit Werden wir sehen Ich kann jetzt nicht genug Na komm du musst dir das nicht noch angucken Hehehe Ist er nicht Wenn du meinst Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus Das ist schlecht Das ist schlecht Hey hey habt ihr das gehört? Sei ruhig Oh ja Clicker On thay Und ich sehe schon einen Und WowwowwowwowwowowowOW Ich glaube das sind einige Clicker unterwegs da geht es nicht weiter gemacht arbeiter ich höre ganz langsam sagte langsam cool langsam und cool langsam und cool habe ich noch ein messer ja und das hält für zwei und das sind zwei klick drei klicker was mach mal 23 mach mal den mal kalt aber leise leise war das nicht laut genug ok einfach vorbei oder gehen wir einfach vorbei also ein messer habe ich wenigstens noch was macht er bitte tschüss gehen wir vorbei komm komm eigentlich so einfach geht mach mal auf oder auch nicht was machen wir jetzt einen anderen weg suchen ich habe einen schluss okay gut zu wissen dankeschön oh nein oh nein oh nein oh nein das müssen jetzt echt ruhig lösen sonst kommen diese klick da noch auf uns zu die tür kann man nicht schließen oder wie machen wir das ist scheiße ich bin ja vorbeigehen aber nicht da herum schießt kommen die clicker hundertprozentig ich probier's mal leise und und poliert denn dann kräftig die fresse so oh das wollte ich haben wir oh nein warte warte ja super heilig ja super heilig ja hab dich und war ja gar nicht so schwer okay also da war noch ein clicker ne gut schau mal da hinein da wird glaube ich keiner mehr wohnen wenn ich auch eine waffe hätte könnte ich auch ein paar erledigen ruhe klappe halten warte ah ok mein ding sieht schon ist schon aus ok okay 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 Vielen Dank.